Hallo Freunde, da seid ihr endlich wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's leider nicht so gut. Kann sein, dass ich das ein oder andere Mal ein bisschen hier Tee trinken muss, weil ich mich ein bisschen erkältet hab, Freunde. Und, ähm, ihr wisst, die letzte Folge oder die letzten zwei Episoden, falls ihr die gesehen habt, wir waren im Nether. Wir haben wirklich uns jetzt mittlerweile diese Dinger hier besorgen können, Freunde. Nether-Rietplatten. Und, ähm, Freunde, ich muss das gar nicht erwähnen. Wir sind die Ersten. Wir werden jetzt uns... Entweder machen wir Netherite Diamond Sword oder wir machen das hier mit unserem Oberteil oder mit der Hose, Freunde. Dazu kommen wir aber gleich. Freunde, ich würd mich natürlich wieder wie immer freuen, falls du hier immer täglich diese Videos anguckst. Lass ein Like da, aktivier die Glocke, weil mittlerweile haben wir wieder einiges wieder kompensiert, dass wir up-to-date sind, weil ich in der letzten Aufnahme sogar ein bisschen noch gefarmt habe und das quasi nicht als Video abgeloadet hab. Da hab ich sogar auch noch ein bisschen Netherite Scraps, also Schrott gefunden, aber leider reicht das nicht für eine Weiterrüstung. Ich glaub, das waren drei oder so. Kann ich euch auch hier einblenden, Freunde. Bam. Nein, Leute, nein, 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 nein. Endlich wieder was Cooles gefunden nach so langer Zeit. Let's go! Hehehe, boah halt. Nein, ist nicht dein Ernst, Digga. Ist nicht dein scheiß Ernst. Ich hab eine ganze Aufnahme gewastet und ich hab drei Level oder so gepackt, Freunde. Von daher mega, mega nice. Und ich würd mal sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg und werden jetzt, Freunde, das heftigste Schwert eventuell auf diesem Server machen. Checkt ihr das, Leute. Viele von den Zuschauern, die sich vielleicht gar nicht auskennen, Freunde. Wir haben jetzt hier diese Netherite Platten. Das sind die seltensten, gefühlt die seltensten Items im Spiel aktuell. Klar, ich werd das jetzt nicht mit Elytra oder sonst was vergleichen, aber bam, unser allererster Netherite Barren. Wir haben unser allererster Netherite Barren, Leute. Checkt ihr das überhaupt? Und jetzt könnte man sich vielleicht vorstellen, okay, wie macht man das? Braucht man jetzt zum Beispiel fünf Stück davon, dass ich mir hier so einen Helm mache? Nein, Leute, das funktioniert anders. Und zwar für die Nichtkenner unter euch. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Wir brauchen dafür Eisen. Sag mal nicht, ich hab kein Eisen mehr. Doch, drei Eisen. Wichtig. Leute, ich muss mal wirklich wieder gleich Eisenfarm gehen. Und Freunde, heute soll anscheinend Lukas gleich auf den Server kommen. Wir haben schon im Voraus darüber geredet, dass ich wirklich was Krasses von ihm haben will. Und er meinte, Sue, dafür musst du mir auf jeden Fall dann auch Krankenstaff geben. Und Freunde, das wird also heute richtig geil. Wir werden einen geilen Trade haben, aber er wird natürlich von meiner Netherite Rüstung nichts wissen. So, ich würd mal sagen, wir packen meinen Schmied irgendwo hin, wo man nicht damit rechnet. An sich kann ich das ja eigentlich wieder auch abbauen, denke ich. Aber ich pack das mal einfach hier in die Ecke, Leute, für alle Fälle. Bam. Und jetzt, Leute, was nehmen wir? Ich brauch die Überlegung. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich zeig euch erstmal meine Waffen, okay? Wir haben hier unseren Oberteil mit Haltbarkeit 3, Dornen 1, Schutz 2. Oder wir machen das auf Haltbarkeit 3 Hose mit Reparatur, also Mending auf Englisch. Das heißt, das Ding geht eigentlich nie kaputt. Wenn wir XP farmen, heizt sich das automatisch. Oder wir machen das für den Flex, um wirklich der Erste zu sein, der einen Netherite Diamond Sword in diesem Game hat von der YouTuber-Insel. Ich glaub wirklich, also ich persönlich... Oh, Freunde, die Stimme ist wieder weg. Ich persönlich würde das wirklich hier rauf klatschen. Ich denke, viele von euch würden sich hierfür entscheiden. Und Freunde, ich muss mal ganz kurz was klarstellen. Viele von euch sagen, oh, benutze Diamond Arcs, Diamond Arcs. Freunde, das Ding ist, in einem richtigen PvP-Fight, du musst halt damit treffen. Und die Nachladezeit ist halt ein bisschen kritisch. Und ich denke mal, wenn du wirklich ein krasser, krasser, heftiger Pro bist und damit schon Erfahrung hast, Okay, kann man das nehmen, aber für einen normalen Spieler, sag ich mal, der gerade dabei ist, Alles gut zu lernen und Pro zu werden, in Anführungsstrichen, würde ich das hier nehmen, Freunde. Und deshalb verzeiht mir, ich mach das mit dem Schwert. Außerdem, ich fühl das Schwert einfach viel, viel mehr. Oh mein Gott, Freunde, checkt ihr das. Nein. Angriffsgeschwindigkeit ändert sich nicht. Wir können ja mal ganz kurz gucken, aber guckt euch das mal an, wie das aussieht. Oh mein Gott. Hey, Sue, treffen wir uns mal. Schauen wir kurz hier mal. Acht Rüstungen, Rüstungshärte, Einstandfestigkeit. Das ist geil. Oh mein Gott. Ich antworte mal kurz. Ey, Lukas, ich brauche saftigen Loot. Bring mal geilen Loot zu meiner Brücke. Dort treffen wir uns. Und dann kannst du mir ja gerne zeigen, was du so in deinem Sortiment hast, mein Freund. Ja, ob das wirklich mein Freund ist, weiß ich nicht, Leute. Aber, Freunde, es ist damit offiziell. Wir sind der Erste und haben damit das erste Netherite Sword. Und sind damit um 25 Prozent, sag ich mal, einfach gestiegen. Bam. Ich will das nicht ausrüsten, Leute. Nicht, dass dann unten links irgendwas angezeigt wird. Das können wir wieder mitnehmen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht kaputt. Okay, sehr schön. Und, liebe Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Mr. Lukas. Ich bin echt gespannt, was er für coole Sachen hat. Er meinte, ich habe so heftigen Loot. Ich bin echt gespannt. Ja, 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 ey kleinen 31er. Ja, ja, ja. Die YouTuber, die hier gerade gucken. Es bringt euch nichts. Ich werde alles schön wieder in meine Endertrow reinklatschen. So, dass ihr nichts davon Wind bekommt. Nichts bekommt ihr davon mit. Nichts, Leute. Feuerschutz könnte ich auch hier raufklatschen. Wir sind mittlerweile Level 27. Oh, ich freue mich schon aufs Verzaubern gleich. Das wird... Wir werden heute so übertrieben stark, Leute. Das ist nicht mehr normal. Und hier sind meine anderen Babys. Die sollte ich mal da rausnehmen. Und hier reinklatschen, Leute, für alle Fälle. Okay, Leute, wir haben unseren krassen Loot wieder weggepackt. Für alle Fälle. Weil, wie gesagt, Freunde, wir müssen mal ganz kurz hier Real Talk machen. Ich habe schon so einiges gehört, Leute. Auch wegen Großseek. Ich habe es euch von Anfang an gesagt. Ich war nett zu ihm, Leute, weil er mir wirklich leid getan hat. Ich war von Anfang an immer vorsichtig. Und ich werde weiterhin vorsichtig bleiben. Weshalb ich auch mich immer stärker und stärker machen will. Damit ich wirklich meine Allianz unter anderem beschützen kann. Und, ähm, einfach für die Gerechtigkeit hier auf dem Server sorge. Und Lukas, liebe Leute, wir wissen immer noch nicht, gut oder böse. Und ich frage mich, wo der ist. Lukas, bist du da? Zwei Minuten. Okay, Leute, da würde ich mal sagen, Zeitraffer und wir warten hier kurz aufeinander. Hallo? Da bist du ja endlich. Lukas, von wegen zwei Minuten. Lässt er mich hier einfach fünf Minuten warten? Warum hast du Angst? Ich tue dir nichts. Ähm, wo ist deine Rüstung? Ich habe keine Rüstung gerade am Start. Okay, ich habe meinen auch extra nicht mitgenommen. Ich vertraue dir, alles gut. Ja, ich vertraue dir auch, Bro. Alles cool. Ich habe doch gar kein Bild bis jetzt mit dir gehabt. Leute, eigentlich vertraue ich ihm nicht. Eigentlich vertraue ich ihm wirklich nicht. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass er mich die Attack geben will. Bist du alleine? Äh, ich bin komplett alleine. Also meine Allianz-Brüder sind hier nicht am Start. Okay, okay, okay. Also Lukas, ich weiß, dass du gerade eine Tarnung einfach so hast, aber du bist nicht im Alpha-Clan oder sonst was, oder? Du hast nicht den Fluch, den plötzlich Russik auch bekommen hat, oder? Ich? Im Alpha-Clan? Ja, oder warum hast du so eine komische Tarnung bei dir drauf? Achso, nee, das war, da war ich, ähm, da war ich unterwegs. Ja, dann wird es mal Zeit, dass du wieder die alte Tarnung nimmst, oder? Ja, ich mache die alte auf jeden Fall. Sehr gut. Aber ich bin nicht im Alpha-Clan. Ich habe die doch gedrückt. Ja, aber denkt man automatisch, weil bei Russik passieren ganz merkwürdige Sachen. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber okay. Also Lukas, ich habe gehört, du bist hier so der Meister im Handeln, so weil du vielleicht das ein oder andere krasse Staff hier, den krassen Staff bei dir hast. Ja, doch. Ja, und was hast du mir so Tolles mitgebracht? Ja, ich sage mal so, anbieten kann ich dir alles, ne? Von, äh, von mir aus 10 Stacks TNT bis Schärfe 5. Ich kann, also ich kann alles verkaufen, so, ne? Schärfe 5 hast du auch? Ja, ich habe alles. Okay, wie sind denn... Ja, Schärfe jetzt erstmal noch nicht, Schärfe nicht. Wie sind denn aktuell deine Preise? Oh, ich bin immer noch erkältet. Oh, wir werden attackiert. Jo, wir machen das mal ganz schnell. Die haben uns gerade noch gefehlt, dass die uns hier attackieren. Also zieh mir mal gleich auf. Lass mal irgendwo reingehen. Wir brauchen einen sicheren Ort zum Handeln. Wohin gehen wir denn rein? Mein Baumaus ist leider noch nicht zu Ende gebaut worden, weil ich damals ja noch Komplikationen mit zwei gewissen Leuten hatte. Nur gerade hier so einen kleinen Handelraum machen. Ich habe keinen Bock, dass irgendwas passiert, wenn wir die sicheren Sachen hier handeln. Ja, verstehe ich. Okay, ich sage es dir jetzt schon direkt. Egal, was du vorhast, falls du mich irgendwie flachsen... Nein, ich will dich nicht flachsen. Alles gut. Okay, ich will nur sagen, ich habe die Bücher jetzt gerade noch nicht im Inventar. Okay. Aber ich habe sie hier direkt in der direkten Umgebung. Guck mal, Lukas. Du kannst mich jetzt attackieren und killen. Dann kriegst du meinen Lief. Alles gut, alles gut. Ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen. Ich vertraue dir. Und wenn wir wirklich einen fehlenden Handel machen, dann will ich dich auch nicht abmuchst oder sonst was, okay? Wenn du das machst, gibst du direkt Beef, aber ich vertraue dir irgendwie. Ich will dir vertrauen. Ja, okay, alles gut. Nein, ich mache gar nichts. Alles gut. Bro, ich sage dir ehrlich, wir hatten noch nie Beef. Ich habe noch nie gehört, dass du irgendwas Doofes gemacht oder gesagt hast. Deswegen alles... Ja, weil ich mich wirklich auch für die Gerechtigkeit hier auf dem Server einsetze. Ich verstehe auch nicht, warum die anderen einen einfach verraten, aber ist auch egal. Gut, dann zeig mal, was du jetzt drauf hast oder was du mitgebracht hast. Also mitgebracht, mitgebracht habe ich Mending. Okay, krass. Somit ist somit die stärkste Verzaugung. Ich sage dir ehrlich, Mending kannst du ja bei einem Verzaugungsticht gar nicht bekommen. Also das kriegst du eigentlich nur bei mir. Ja, weiß ich, weiß ich. Also Mending gefällt mir schon mal. Und als zweites habe ich Effizienz 5. Boah, krass, ganz stark. Das Ding ist, ich habe sogar eine Glücksspitzhacke auf Level 3. Wenn ich die zwei Dinge drauf katsche, dann habe ich wirklich die beste Spitzhacke. Wahrscheinlich hast du die vielleicht auch, aber ich glaube, dann haben wir einfach alle die beste Spitzhacke. Ähm, hört sich interessant an. Hast du noch sonst irgendwas anderes? Boah, ich könnte, ich habe noch eine Menge TNT. Ähm, ja und was ich sonst noch so habe, verkaufe ich aber leider nicht. TNT brauche ich so oder so aktuell nicht. Ich sage dir ehrlich, wenn es zu einem Fight kommen sollte, dann werde ich die Gegner mit einem Schwert fertig machen. Also davor habe ich eh keinen Schiss. Deshalb, ich brauche gar keinen TNT, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Lass uns dann einfach sagen, ich brauche Mending und das andere, was du vorgeschlagen hattest, diese Effizienz 5. Ich brauche das für meine Schwertsacke. Beide Bücher. Beide Bücher, ich brauche beide. Eins, dann bringt das mir aktuell nichts. Und deshalb, was willst du für beide haben, das ist das Ding. Soll ich dir erstmal sagen, was ich dir anbieten kann? Ne, oder sag mal, was brauchst du überhaupt? Äh, ich sag dir jetzt schon, ich sag dir jetzt schon, was ich brauche. Ich brauche Unmengen an Holz. Okay, gut, dass ich ein bisschen Holz gefahren habe. Ich brauche gerade was relativ Großes und dafür brauche ich ein Holz. Okay, viel Holz. Ähm, brauchst du noch irgendwas? Hm, Dias. Enderman Augen. Ja, genau. Enderman Augen, ey. Enderman Perlen, so, keine Augen. Ja, okay, Perlen, aber ja, so ein paar gehen immer. Okay. Wobei ich eigentlich schon, nee, brauche ich Enderperlen, brauche ich nicht. Also Lohnruten auf jeden Fall. Ey, Lukas, mir ist gerade was aufgefallen, was ich dir eigentlich auch sagen wollte. Moment, du musst mir Rabatt geben. Weil ich habe schon gehört, ich weiß nicht 100%, ob du derjenige sein solltest. Aber die haben bei mir alle geschrieben, Sue, deine Diamanten wurden geklaut bei Stani. Hast du was damit zu tun? Sei mal ehrlich. Wie, deine Diamanten? Meine Diamanten, die bei Stani, die ich bei Stani reingeklatscht hatte. Eigentlich gehören die auch Stani und Max und auch mir, also eigentlich allen drei. Weil wir eigentlich am Ende den Loot teilen wollten, aber ich habe die nie gesehen, Bro. Und das ist das Ding. Und viele haben gesagt, vielleicht hat die Lukas. Aber ich will dir nichts unterstellen, Bro. Ich bin nicht hergekommen, um dir irgendwas zu unterstellen. Ich wollte nur sagen, wenn du die wirklich haben solltest, musst du mir das nicht sagen. Ich habe so viel Zeug, ich würde niemals was klauen. Ja, okay. Okay, ich vertraue dir da irgendwie. Leute, er hat die Save, er labert doch gerade eine Scheiße. Hä, krass. Wann wurden die denn geklaut? Ja, wo ich dir anscheinend vertraut habe und du neben mir saßt. Und ich im letzten Moment diese Droh zugemacht habe, bist du nochmal da hingegangen anscheinend. Aber wie gesagt, ist ja auch egal, Schnee von gestern. Hä, nein, Bro. Wer behauptet sowas? Digga, der Chat. So wie die bei dir alles reinschreiben, schreiben die auch bei mir und bei anderen was rein. Äh, nee, Bro. Weiß ich nicht, was die meinen. Also ich habe gar nichts gemacht. Ja, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, was willst du jetzt dafür haben? Ähm, wie viel Holz hast du? Ich brauche ganz viel Holz. Ich weiß nicht, wie viele Steaks ich habe. Sag mir einfach eine Summe und dann gehe ich gucken, ob ich so viel habe. Aber mit den Dias, ganz kurz nochmal mit den Dias. Äh, hat, also, ist Stani da auch angepisst wegen oder so? Also ich frage nur, weil ich weiß nicht, wer es war. Hey, weil guck mal, ich habe Stani ja beschuldigt. Guck mal, wir haben ja so einen Pakt abgeschlossen mit Unterschrift und alles. Und, ähm, Stani, ich habe natürlich gesagt, ey, Stani, ich glaube dir das irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass du diese Diamanten hast. Okay, so hart habe ich das auch nicht formuliert. Aber er geht natürlich davon aus, dass ich denke, dass er die geklaut hat, obwohl er wahrscheinlich die wirklich nicht genommen hat. Ich glaube ihm das schon. Aber warum fragst du? Jetzt wird das ganz, ganz merkwürdig hier, Alpha. Äh, Alpha sei schon, Alweil. Äh, nee, ich frage nur so, Bro, weil es ist halt ärgerlich mit den Dias. Ja, aber das kann dir doch komplett egal sein. Ich meine, du bist doch eh jeder Söldner auf unserer Insel und juckst dich eigentlich gar nicht für andere. So, du machst dein Ding, ist ja auch akzeptabel, verstehe ich vollkommen. Aber warum jucken dich andere Dias plötzlich? Nee, alles, Bro, ich habe nur gefragt. Freunde, er hat die 100% safe. Aber egal, kommen wir mal zum Handel zurück, okay? 100% Detektiv Su wieder am Start. Ja, können wir machen. Ähm, also, was ist hier zu haben, Bro? Äh, Moment, ich überlege gerade. Warte, ey, überlege gerade. Hm, ich gucke mal kurz hier raus, so lange. Warte, okay, sorry, sorry. Wie viel Holz hast du? Ich brauche wirklich, ich brauche Holz. Ich brauche richtig viel Holz. Ich habe bestimmt einige Stacks. Ich habe ja wirklich die letzten Aufnahmen, ich habe ja einige Aufnahmen gemacht, ohne wirklich zu Dingens aufzunehmen und abzuladen. Ich habe eigentlich gut Holz gefarmt und ich weiß nicht, wie viele Stacks das sind. Kann ich dir nicht sagen, muss ich gucken gehen. Da haben wir eine Summe, die du haben willst und dann gehe ich gucken, ob ich die habe. Ähm, schon so 16. 16 Stacks, Bro? Oha, kann sein, dass ich so viele habe. Guck mal, wie viele hast du? Okay, ich will aber alles direkt gleichzeitig mitnehmen. Gehen wir mal davon aus, ich habe nicht 16. 17, was willst du noch? Lass uns paar Diamanten raufklatschen noch, vorsicht selber. Ja, hol mal einfach ganz viel Zeug mit und wir verhandeln dann hier. Hol mal alles, was du anbieten kannst. Ich schwöre auf alles, ich mache dir nichts und ich klaue nichts. Ja, ich glaube dir so, Bro, also wenn du irgendwas klauen solltest, werde ich dich jagen. Ich werde dich wirklich jagen, dann ist das meine neue Mission. Ich vertraue dir schon, mach's gut. Bis gleich, gib mir ein paar Sekunden. Ja, easy, ich gehe auch kurz die Sachen holen für dich. Okay, bis gleich. Oder nee, warte, wir machen die Übergabe erst und dann hole ich dir dein Zeug. Ich will nichts riskieren. Ich soll dir erst mein Stuff geben und dann gibst du mir deine Sachen? Ja, ja, ja. Oh, so sogar, so rum sogar. Ja, Bro, du musst mir vertrauen, ich sag's dir ehrlich. Ja, du kannst mir doch auch vertrauen. Bro, gefühlt, du sagst du selber, über mich hat man noch gar keine Scheiße gehört, weil ich einfach loyal bin. Ja, ist auch okay, Bro, ich mache trotzdem bei jedem auf Nummer sicher. Bis gleich. Okay. Freunde, wenn er mich wirklich verarschen sollte an sich. Klar, Holz, ein bisschen nervig, ne? Ich habe bestimmt 40 Minuten oder so gebraucht, um wirklich viel Holz zu fahren, damit ich ehrlich meinen Baum ausreich mache. Aber, Leute, mir ist gerade wichtiger. Lass mal kurz das anziehen, damit ich hier nicht gleich da rumgehe und meine 27 Level verliere. Mir ist gerade wirklich wichtiger, dass wir noch stärker werden. Und mit dieser Spitzhacke, das ist schon geisteskrank, dann haben wir wirklich die mächtigste Spitzhacke. Und dafür bin ich echt bereit, Holz und Diamanten rauszupallern, weil wir werden so oder so wieder dir das finden. Also, bis gleich, Leute. So, wir müssen mal ganz kurz hier Platz machen, liebe Freunde von heute. Ich habe jetzt den ganzen Loot rausgeholt aus meinem neuen geheimen Bunker, Freunde. Zack, Enderpellens, Maragd, Diamant, diese Amethystscherben, Holz, Molz, was ich gefarmt habe, Leute. Aber ich versuche wirklich, dass wir minimal machen und nicht ihm alles direkt geben. Das war ein bisschen nervig. Aber mal gucken, Freunde, weil ich werde das schon irgendwie raushandeln können. Das wird schon geil. Ich bin zufrieden, wenn er 12 Steaks Holz ungefähr nimmt. Paar Dias, Amethystscherbe, die Endeaugen. Juckt mich nicht, das kann alles weg für diese zwei Bücher. Und wenn er wirklich mir die nicht geben sollte, dann werde ich in Jahren gehen, Leute. Ich werde ihn fertig machen. Er hat vielleicht TNT und alles. Er hat vielleicht seine ganzen krassen Bücher. Aber ich glaube nicht, dass er die schon alles verzaubert hat. Das ist schon eine Idee, was du da hast. Aha. Wo seid ihr denn? Hier oben. Was macht ihr zwei denn dort? Bro, einfach Amir kommt und schlägt mich. What the fuck? Stimmt nicht, der hat mich eingetroffen. Wer von euch lügt hier? Okay, Amir, ich muss gerade wirklich mit Cio was klären. Lass uns das mal kurz machen, bitte. Mhm. Digga, Amir, riskier es nicht. Zwei gegen eins, was keine Chance ist. Geh mal weg jetzt. Hey, ich bin auf keiner Seite von euch. Wollte ich gerade sagen. Hey, wir wollen doch handeln zusammen. Ja, aber ich bin komplett neutral. Okay, ich kann auch wieder gehen, Bro. Alles gut? Ja, okay, dann. Ich habe alles gerade geholt. Dann geh ruhig. Ich brauche das jetzt auch nicht so übertrieben dringend. Ja, Lukas? Geh ruhig. Ja gut, dann lass trade. Aber nee, wir müssen jetzt wirklich traden. Sonst tradet er nicht mit mir, Amir. Aber ich bin auf keiner Seite von euch beiden. Okay, komm. Ich bin neutral. Wir gehen mal kurz rüber. Ey, diese Erkältung. Digga, aber der junge Amir macht jetzt Auge hier oder was? Kann ja sein. Aber warum hast du Angst? Okay, komm her, komm her. Ja, Bro, ich habe noch meine Scheißsachen dabei. Ich habe auch keine Sachen dabei. Egal, dann let's go. Also, was kannst du bieten? Wie viel Holz hast du? Also, lass mich kurz rechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stacks. Dann habe ich hier Enderpen, fünf Stück, Smaragd, ein bisschen Dias, Amatischscherbe. Wie viel Smaragd? Ja, jetzt ist das Ding. Soll ich dir die Summe nennen? Ich weiß es ja nicht. Ja, sag mal deine Summe. Ich habe vier. What the fuck? Das ist ja gar nichts. Was für ist gar nichts? Bro, vier, einfach jetzt kannst du behalten, Junge. Bringt gar nichts. Hä, mach mal nicht diesen. Okay, okay, pass auf. Wir machen das Mendingbuch schon mal gegen 13 Stacks Holz, okay? Nein, ich brauche beides, sonst bringt mir das nichts. Wie viel Dias kannst du geben? Vier Dias, ich gebe dir meine fünf Enderperlen und dafür, dass du eh schon anscheinend sieben Stück hast. Mach mal Rabatt. Ich sage auch niemandem, dass ich das so günstig bekommen habe. Es wäre einfach nur korrekt von dir, wenn du wirklich diese Dias hast. Ich will dir keine Schuldgefühle machen. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht herausfinden. Aber wenn das wirklich der Fall ist, Leute... Bro, ich habe die Dias nicht geplant. Ich verzeih dir. Ich sage nur, ich würde dir verzeihen und das wäre einfach nur korrekt von dir. Musst du wissen. Er hat das Safe. Er hat... Ja, komm, dann machen wir das mit Enderperlen und so. Wenn du das alles... Hast du Lohnrouten noch zwei? Hier, Leute. Ja, Ehre. Oh, du gibst mir die Bücher dabei. Ja, ich zeig sie dir. Okay, ich glaube dir schon. Ich glaube dir schon. Also, damit du auch richtig zählst, damit du hier nicht denkst, Scammer hat gescamt oder Scammer gott scampt oder sonst was hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weißt du, was das Geile ist? Ich habe halt auch 27 Level-Ups gerade. Das ist gerade richtig geil. Dann kann ich gut verzaubern gehen. War das strong? Wie viel habe ich dir gegeben? Sechs. Sieben, acht. Neun. Ja. Zehn. Sorry, sorry. Okay. Elf. Zwölf. Ich glaube, ich habe dir viel zu viel gegeben, oder? Was habe ich dir gegeben? Warte, ich gucke. Zwölf Stück habe ich. Sicher? Ja, sicher. Okay. Oh, nee, ich habe 13. Sorry. Ja, komm, behalte, weil du auch korrekt zu mir warst. Ich muss jetzt wieder, guck mal, mein Baumhaus ist immer noch nicht fertig. Die Leute sagen, mach mal dein Baumhaus fertig. Schon mal Nummer eins? Boah. Effizienz fünf, geil. Vier Diamant. Okay. Vier Enderperlen. Okay. Ja, okay, okay. Sechs Amatischscherben und vier Smaragd. Und vier Smaragd. Okay, hier. Dann kriegst du das andere Buch. Reparatur. Wow, okay, krass. Danke dir. Gut. Okay, ich bring das Zeug kurz weg, ja? Okay, warum kommst du so nahe zu mir? Nee, alles gut, Diggi. Okay, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. War mir auch eine Freude. Lass mich von Armi holen. Nee, wer... Nee, ganz kurz. Armi meinte gerade, du hast mir was geklaut. Geh lieber direkt in deine Base und bring die Sachen zurück. Ich wette, das Snitch. Okay, hau rein. Okay, ciao, ciao. Ey, was laberst du hier? Armi, komm mal ganz kurz her. Wo ist Lukas, die kleine 31er? Erzähl dir hier irgendwie scheiße. Hier, Armi, für die Tat in der ersten Folge. Bankra. Wo ist Lukas hin? Ich weiß nicht. Der ist wieder verschollen. Der kam, hat mit mir Geschäfte gemacht und ist wie eine abgehauen, der 31er. Ja, ich weiß. Pass gut auf dich auf. Und Lukas, falls du uns hören solltest, Pass du auch auf, dass du jetzt nicht geklaut wirst. Deine Sachen zumindest. Tschüss. Okay, Armi, wenn was ist, ich muss zurück. Wohin denn? Ich muss mich hinlegen, weil ich erkältet bin. Ja, gute Nacht. Boah, bist du auch krank? Ja. Ich hab das auch voll erwischt. Oh Mann, ey. Gute Besserung, ja. Danke dir auch. Pass auf, die Welt ist böse. Ciao. Tschüss. Da hinten kommt der doch. Ah, guten Morgen. Was geht? Wir hören dich nicht. Warte, warte, hör dir mich, hör dir mich. Jetzt hören wir dich. Ja, wo ist ne Vibe? Ich glaub, der versteckt sich hier irgendwo, weil er Angst hat und denkt, dass wir ihn zu dritt attackieren wollen. Aber ich hab meinen Handel fertig. Der hat krassen Stuff. Ihr müsst euch auf jeden Fall auch krassen Stuff holen. Bro, du weißt schon, dass ne Vibe von mir sieben Diamanten geklaut hat, die unter anderem auch dir gehören, ne? Esju, also ich weiß nicht, was du mit dem handelst. Hä, bist du hundertprozentig sicher? Ja. Also eben gerade hat er mir noch sogar gesagt, dass er das nicht gemacht hatte. Ich hab sogar irgendwas... Doch, Bro, ich hab's doch... Die Leute haben's in den Kommentaren geschrieben. Also ich würde das nicht glauben. Der hat sieben Diamanten... Die sieben Diamanten von Alphastein, Bro, die wir letztes Mal gesucht haben. Genau, die hab ich ja haben wollen. Und ich dachte, entweder du oder Max habt ihr aus Versehen eingesteckt. Der 31er, ey. Wenn ich ihn wirklich in meine Finger bekommen sollte. Der hat mich ja richtig verarscht. Ja, Bro, richtiger 31er, sag ich dir ehrlich, Digga. Das ist also... Bro, vor allem, er macht auf Kumpel und dann macht er jetzt... Ich komme zu dir. Ja, okay, kommt ihr mit noch kurz. Ich komme mit zu dir. Ich muss erst mal meinen Handel zurückbringen, weil ich will nicht, dass ich irgendwie von Russik oder sonst wen attackiert werde plötzlich, ja? Ja, okay, dann komm mal nach am besten, Esju. Okay, mach ich. Und, Stani, lass dich nicht von ihm nochmal verarschen. Sag ihm das. Mach ihm ein schlechtes Gewissen, dass er ein bisschen Rabatt hier gibt. Das sind ja auch deine Diamanten, so. Komm, Armin, was geht bei dir, Armin? Lange nichts gesehen, Alter. Wir haben Urlaub und jetzt bin ich wieder krank. Okay, jetzt haben wir die hundertprozentige Bestätigung bekommen. Ich war wieder viel zu nett, Leute. Warum denke ich immer an das Gute der Menschen, so? Ich habe halt gehofft, dass Lukas wirklich nicht diese Steine geklaut hat, aber anscheinend hat er das wirklich gemacht. Aber Freunde, ich sage euch ehrlich, ich habe ihm ein bisschen Holz gegeben, juckt mich nicht. Dafür haben wir diese krassen Items bekommen, Leute. Und das machen wir auf unsere Spitzsacke. Und dann haben wir eine permanente Spitzsacke mit Effizienz 5 und Reparatur drauf, plus Glück 3. Also für mich war das ein krasser, krasser, krasser Tausch. Schreibt mal in den Kommentaren, würdet ihr das nicht genauso machen? Wir haben jetzt mit Abstand einer der heftigsten Spitzsacke im Spiel. Wenn ich das noch zu Netherite mache, dann ist die quasi vorbei, Leute. Aber das reicht mir. Ich würde lieber den Fokus nicht auf Spitzsacke jetzt klingen, sondern auf was anderes. Und Freunde, ich will so krass mein Schwert eigentlich angucken, meinen Netherite Sword. Aber wenn ich mir das jetzt angucke und das ausrüste, habe ich Angst, dass unten in der Leiste dann plötzlich das auftaucht. Das wäre ganz und gar nicht gut, Freunde. Und deshalb warte ich, wenn alle erstmal weg sind und dann gucke ich mir das Item an. Freunde, geiler Tausch gewesen. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Ich sollte mich mal kurz ein bisschen hinlegen, ja, Freunde? Vielen, vielen Dank, Freunde. Ich küss eure Augen, ja? Ciao, ciao. Er triviert den Schein, ja? So...